Beziehungsweise hier unten rum. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Unser Dieb wurde entdeckt. Ach, Herr Jemini. Armee hier rüber. Schon unterwegs. Verstanden. Ich habe immer etwas Nahrung bei mir, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe geben kann. Warum haben wir hungrige Siedler? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, Burg ausbauen. Puh, die versuchen, mich anzugreifen. Schon unterwegs. Nee, es ist nicht so schön. Vor allem, weil meine Armee noch ein ganzes Stück laufen muss, bis sie da ist. Gut, ein Katapult, bis das bei mir mal durchgebrochen ist, wird es noch eine Weile dauern. Kannst du die Weile dauern. So, ich kann ein paar Pugenschützen ausbilden. Schon unterwegs. Aber sie ziehen sich zurück. Oder wollen sie jetzt hier oben angreifen? Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Verstanden. Ich wollte eigentlich das hier machen. Alles klar, wie ihr wünscht. So, fach. Und mir einen neuen Typ holen. Auf dem Weg. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, wie ihr wünscht. So, da kommt meine restliche Armee. Ich sollte wirklich die Küstenstraße hier mal fertig ziehen. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Sein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Na gut, dass die Eisenmine bald erschöpft sein wird. Ist nicht so schön. So, bald haben wir genug Banner für die nächste Beförderung. Wie ihr befehlt. Ja, der einzige Weg dahin ist da oben rum. Auf dem Weg. Ich hoffe mal, die Soldaten, die mich angreifen wollten, sind jetzt weg. Ja, jetzt ist nur bei der Bastion welche. Wie ihr befehlt. Ah, da in das Lager. Dein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So gut wie erledigt. Auf dem Weg. Ja gut, er geht außen rum. Nicht durch das Tor. Nee. Kann ich mir jetzt hier zwei Tischler leisten. Und was ich auch mal machen könnte, ist ein Theaterbaum. So. Also ja, zwei Tischler. Und ich wette, wir haben auch mehr als genug Honig. Ja, haben wir. Können wir uns auch zwei von den Kerzen machen lassen. Und ich wette, wir haben das Dokument. So, wir haben das Dokument. Moment. Tja, hier ist der Zoom ein bisschen doof. An dieser Stelle. Oh, unser Lagerhaus ist mal wieder voll. Ist aber schon maximal ausgebaut. Ah ja, wir können die hier ein bisschen verkaufen. Ein Teil von dem hier. Wir können einen überschüssigen Fisch verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir können die Medizin erstmal wieder wegschicken. Und ein richtiges Fest ausrichten. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich schon mal. Die Baupläne des Trebuchets sind in unseren Händen. Nun können wir diese Kriegsmaschine gegen Crimson Sabbat einsetzen. Der Bauplatz für das Trebuchet muss irgendwo im Territorium Puerta Sanguinea liegen. Wir müssen ihn finden. Unser Tief hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, ein Territorium ging verloren. Deine Eisenmine ist erschöpft. Ein Außenposten wird angegriffen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schon unterwegs. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt da oben rein. Wir nehmen uns erstmal wieder diesen Außenposten. Sollen ihn dieses Mal richtig ummauern. Dann nehmen wir dieses Gebiet ein. Wie viel Platz für Soldaten haben wir noch? Mehr als genug. Also, zwei Paar Schwertkämpfer noch dazu. Dann brauchen wir die Mine schon mal nicht mehr. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Also ja, jetzt greifen wir erstmal hier die Truppen an, die uns den Außenposten abgeknüpft haben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl! Wir tun uns den Außenposten zurück. Ja, eigentlich ist die gute Frage, was wir mit... Wir haben Angriff in den Kampf. Vorwärts! Der Stadt da drüben machen soll. Ein Hallen mit Rohstoffen ist eingetroffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Neue Schwertkämpfer sind absolut kein Problem im Augenblick für uns. Nicht aufgeben! Auf euren Befehl! Sofort! Ei! So, dann das hier wieder befestigen. Schon unterwegs! Jawohl! Wie ihr befehlt. Dann gehen wir mal hier... Auf der Stelle. Spicken. Äh... Ich steuere den Hafen an. Ja, ich wollte das Ding hier... ...bald ihr meine Waren begutachten könnt. ...wieder befestigen. Nein. Diesen... Den darf ich nicht anwählen. Okay, dann machen wir es anders. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Machen wir das so. Machen wir auch den Dita-Eingang hier zu. So. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren! Okay. Nehmt nicht zu. So. Ja. Das hier müsste die Hauptburg des Feindes sein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. Also ja, dieses Territorium einnehmen. Wir haben den Ort gefunden, an dem das Trebuchet errichtet werden kann. Wir müssen an dieser Stelle ein Trebuchet errichten. Schicken wir die benötigten Baumaterialien los. Vorwärts! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, erstmal das Palisadentor. Ja, von da aus können wir einfach Quimson Sabbats Haupttore einreißen. Wir sollten noch einen Dieb anheuern. Wir haben ja genug. Freiraum. Ja. Den mal hier runter schicken. Verstanden. Wenn wir darauf warten, dass das Palisadentor abbrennt. So, Theater sorgt für Unterhaltung. Mehr als nur Unterhaltung fürs Erste. Die Medizin ist eingetroffen. Wir werden angegriffen. Schon unterwegs. Ja, wir werden noch darauf warten, dass das Palisadentor abbrennt. Alles klar. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Da ist es abgebrannt. Jawohl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Eis. Ja, ich werde zwei von euch in den Oven.